Was ist bisher geschehen? Hallo? 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 Tuck dich, du Lauch! Tuck dich! Tja, das war's auch irgendwie. Also, weiter geht's! Schubidupidu, ich will mich irgendwo verstecken! Bitte, bitte mach das nicht nochmal! Wo kam er jetzt her? Wo zur Hölle kam er her? Nach oben, nach oben! Immer weiter nach oben! Schön weg von dem Kackding! Oh boy! Keine... Weg hier! Komm, bring mich hier weg! Ich geh so lange nach oben, bis es keinen oben mehr gibt! Eine Kamera? Macht das irgendwas? So, aus Erfahrung würde ich jetzt mal sagen, ich lauf da nicht rein. Wahrscheinlich macht die einen Alarm oder sowas, wenn sie mich entdeckt. Okay, wir sind in der Captain-Kabine! Ein Traum! Gibt's hier was zum Verstecken? Diese Musik! Wo geht's hier hin? Wieder raus! Nö, das lassen wir einfach mal! Nein, Knöpfchen drücken darf ich auch nicht. Oh, darf ich den Kutter hier nicht mal in Bewegung setzen? Warum leuchtet das da so rot? Interessant. Oh, ho, 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 ho. Hm. Ach, jetzt hab ich ne Flashlight weggeworfen. Ne, danke. Können wir hier drüber springen? Nein. Wir gehen mal hier auf diese Ebene. Hallo? Okay, was ist das hier? Kann ich nicht mit interagieren? Schade drum. Oh! Up, down. Ah, dann können wir wahrscheinlich das Ding da... Bitte halten Sie die Schnauze. Was war das? Läuft er hier irgendwo rum? Hallo? Er läuft hier irgendwo rum. Er läuft hier irgendwo rum. Weg, 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 weg. Boah, das hört sich halt an, als wär der hier vorne. Meine Fresse stresst mich da kack. Ich würd gern rausfinden, was das da ist genau. Geh nochmal runter. Hoffen, dass hier niemand ist. Wir machen mal die Tür auf. Eventuell ist das ja gut für uns, wenn wir wegrennen wollen. Ist hier jemand? Ah, Fuse. Okay, die ist aber an. New Objective. Okay, Escape Route. Live... Ah, okay. Live Raft. Oh. Okay. Okay. Ich denke mal, da müssen wir irgendwie Luft reinpumpen. In das ganze Ding. Hier sind Kisten zum Verstecken. Auch schön. Auch sehr, sehr schön. Das macht mich auch ein bisschen kirre, dass der Typ immer so ein, zwei Sekunden braucht, bis er sich wirklich duckt, wenn man ducken drückt. Ich drücke jetzt ducken. Wisst ihr? Und da kommt's halt vor, dass wenn man gerade in Panik ist, man wegrennen will, dann drückt man ducken, dann macht er es nicht direkt, dann drückt man es mehrmals und dann steht man einfach wieder auf. Duck dich, du Lauch! Duck dich! Ich will mal was ausprobieren. Pass auf, wir haben jetzt dieses Smashables. Ich werde was nochmal da vorne hin, dann wissen wir nämlich, wo das Vieh ist. Sagen wir nicht hier oben vorbeikommen, dann ist alles gut. Komm, mehr habe ich nicht. Okay, nö, Alien oder was auch immer das für ein Vieh ist, hat kein Bock. Besser für ihn, besser für ihn, weil, na, ich hätte Dinge mit ihm angestellt, wenn er sich jetzt gezeigt hätte. Die Frage ist immer noch, läuft das hier random rum oder sucht es mich aktiv oder wartet es darauf, dass ich ihn laut mache und erscheint dann plötzlich, weiß es die ganze Zeit, wo ich bin und bewegt sich langsam zu mich, weiß es nicht. Wir laufen mal nicht auf die Seite, wo wir gerade so viele Geräusche gemacht haben. Wir laufen mal einfach hier so, hier so rein wieder. Ah, guck mal in der Kamera. Okay, wir laufen da nicht rein. Wir laufen dann... Ja, gerade ich etwas gehört. Wir laufen mal wieder auf die andere Seite. Du, 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 du... Was haben wir denn hier? Hier ist noch so eine Kabine. Was haben wir denn dort? Oh, ein Bad. Angenehm, angenehm. Können wir uns hier hinterher verstecken? Ah. Schön. Ja, schön mit dir die Bekanntschaft gemacht zu haben, Bart. Man sieht sich. Feuerlöscher. Oh. Kann ich damit irgendwie drauf schießen? Security. Da fühlt man sich doch sicher, wenn die Kameras nicht funktionieren. Nein, 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 nein. Nehmen wir mal wieder auf. Power. Verdammt, wir brauchen eine Fuse. Ich habe keine. Shit. Storage. Hat absolut keine sinnvollen Sachen hierbei. Ah, nein. Aus. Okay. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist so eine kleine... Ach, das ist so eine Eieruhr. Die lassen wir da einfach mal stehen. Denn ich habe Angst, dass wenn ich die mitnehme, die aus Versehen angeht oder sowas. Und das dann nur für Wahnsinnige ist, die das Monster zu sich locken wollen. Ne, 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 ne. Bevor ich nicht weiß, wie es ausgeht, nehme ich es nicht auf. Weil sonst geht es aus Versehen an. Tja, gehen wir wieder raus. Oh, wir können die auch abschließen. Oh. Das sollte ich vielleicht öfter mal machen. Gehen wir langsam weiter. Oh, ne Kamera schon wieder. Mmh. Unschöne Sache. Ich weiß ja gar nicht, was passiert, wenn ich mich sehen lasse. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Hallo. Oh, okay. Okay, 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 jetzt weiß ich, was passiert. Sie fängt an zu piepen. Okay. Gut. Hätten wir das Rätsel immerhin schon mal gelöst. Ich fühle mich mit dem Feuerlöscher irgendwie am sichersten. Hallo. Kamera, okay, Kamera geht gerade nach rechts. Ich möchte hier gerne nach rechts rüber gehen und mir das mal angucken, ob da irgendwas Spannendes draufsteht. Hallo. Nein, halt die Schnauze. Hier war niemand. No, der guckt immer noch hier hin. Oh. Immer noch, man geht doch mal weg. Also ich meine, guck mal weg. Okay, sie ist weg, sie ist weg. Absolut nichts Spannendes. Oh, wir können ja aber noch weiter nach oben. Deck 8. Okay. Upper Decks. Also ja, doch, hier waren wir ja, glaube ich, schon. Genau, wir waren hier genau auf der anderen Seite. Hier kommen wir wieder zur Brücke. Exakt. Okay. Oh, ein Feuerzeug. Oh, ich muss irgendwas wegwerfen. Ja, zwei Taschenlampen werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Tschüss, Kollege. Ein Feuerzeug. Ähm, oh. Ein Feuerzeug. Ja, schön. Auch sehr elegant, wie du das hältst. Welche magischen Kräfte dieses Feuerzeug anmachen, weiß ich auch nicht. Aber gut. Gut, ich nehme wieder meinen vertrauten Feuerlösch in der Hand. Immer noch nix los in der Bude. Na gut, na gut, na gut. Ich bin angespannt. Die Musik macht es auch nicht besser. Wir lernen mal das rückwärts einparken. Wunderbar, mit Bravour gemeistert. Das vorwärts ausparken habe ich aber noch nicht gelernt. Das heißt, das lassen wir jetzt einfach mal bleiben. Och, und warten. Ja, komm, wir können doch nicht warten. Also... Wir müssen ja irgendwie weiter. Wir müssen ja irgendwie weiter. Du, bi, du, bi, du. Nichts. Waren wir hier vorne schon? Nee. Nee. Ah, das ist die andere Seite der Brücke. Okay. Schön, dich kennenzulernen, andere Seite der Brücke. Auch hier kann ich nichts machen. Schade drum. Was ist hier? Oh, sieht aus wie so ein Tape, ne? Äh, Glow Sticks. Ja, weißt du was? Ihr könnt mir ja auch... Ihr seid mir eigentlich auch... Das ist nicht die andere Seite der Brücke. Hier waren wir gerade eben. Okay, wir haben aber irgendein, irgendein Tape da gefunden. Komm, geht mal weg da. Wir nehmen mal dich hier mit. Was ist das? Duct Tape. Uhuhu. Haben wir erfolgreich, sind wir einmal im Kreis gelaufen. Da kommt doch Freude auf. Wir würden mal gerne sehen, was hier passiert. Up, down. Okay, da passiert gar nichts. Ah! Ah, wir haben das Ding, glaub ich, etwas zur Seite bewegt, ne? Ah, nein, 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 nein. Seht ihr mal, wie zittrig ich hier die Maus festhalte. Ich werfe aus Versehen alles weg. Was bewegen wir denn damit? Oh, okay. Das Ding bewegen wir. Das ist ein bisschen laut. Ein bisschen sehr laut ist das. Okay, komm, wir müssen das ja irgendwie jetzt hier zur Seite kriegen. Okay, 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 das war sehr laut. Kein Monster da? Hey, kein Monster da. Ja. Alles easy. So, was, 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 was kann ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt hier irgendwas tun? Oh, nein. Nein. Oh, Gott, nein. Oh, Gott, nein. Oh, Gott. Ja, ja. Ah, ja, jetzt hab ich aber mein, du bist über mein Feuerlöscher. Okay, hallo? Ah, oh, Ducktape. Ha. Wir haben irgendwas geschafft, aber ich, mein Feuerlöscher ist jetzt weg. Nein. Oh, da rollt er, da rollt er, da rollt er. Komm zu Papa. Nein. Ja, ja. Ich kann dich nicht mehr. Doch, jetzt. Ich kann dich nicht mehr mitnehmen. Ich kann, ich kann dich. Nein, natürlich. Es ist auch noch, nein. Es ist auch noch mein Feuerzeug da drin. Ah, yes, 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 ich konnte dich nehmen. Okay. Okay. Feuerlöscher, ja, 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 da bist du, da bist du. Oh, ich kann dich auch wieder nehmen. Oh, ein Traum, ich hab alles wieder. Wunderbar. Was kann ich jetzt hiermit tun? Steht das hier irgendwo? Äh, Life Raft. Genau. Äh, Re-Inflate the Raft, Replace the Chain Spool. Oh. Okay, das heißt, wir müssen da Luft reinpumpen und hier so eine neue Spule reinpacken, damit wir das hier wieder ins Wasser heben können. Okidoki. Gehen wir mal ganz gediegen weiter. Ich weiß nicht, ob ich das Monster höre, ob ich es mir einbilde, ob das Wasser einfach irgendeinen Sound macht, ob das Spiel mich einfach nur kirre machen will. Wahrscheinlich alles gleichzeitig. Ja, wir müssen wohl das Schiff nach, äh, weiteren Gegenständen durchsuchen oder so. Tja, da bleibt mir ein anderes übrig als, äh, ja, rein, die Olga und wieder runter. Pupupupupapa. Deck Sechs, mal gucken, was du so zu bieten hast. Ah, ne Tür. Ah, du hast also auch ein, auch ein schönes Bad hier. Oder ne Umkleidekabine. Oder wat auch immer das ist. tremples mal hier wieder einen Schrank aufmachen. Ok, hier ist absolut gar nichts. Enttäuschend. Was haben wir hier? Oh nein! Ich bin nicht hier, 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 ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Oh, da kommt er da aus der Ventilation rausgekrabbelt, der elendige Bastard. Ich glaub's ja wohl. Oh nein. Oh nein, da watscht er. Da, 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 da. Oh, bitte aufzuschreien. Oh, watscht, ja genau, watscht er wieder weg. Oh, er guckt hier nicht nach, er guckt hier nach. Er hat grad irgendwie vorhin hier weggezogen. Guck nicht hier nach, guck nicht hier nach. Nein, nein. Ich glaub er steht vor mir. Steh nicht vor mir, bitte. Bitte, bitte steh nicht vor mir. Bitte, bitte, steh nicht vor mir. Was tust du da? Ist er weg? Steht er da noch? Nein, ja, ja, doch, er ist da definitiv noch. Ich glaub er watscht gerade weg. Nein, nein, halt die Schnauze! Ich glaub er ist weg. Er ist hier, glaub ich, rechts rausgewatschelt. Er hat die Tür kaputt gemacht. Die könnte... Die können Türen eintreten. Okay. Ja, hier kam er gerade rausgeschissen. Oh, du Kackvieh. Okay, der ist da rechts irgendwo, das wissen wir. Oh, naja, super, ne Kamera. Lauf, 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 lauf. Rein, 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 rein. Und zu, 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 zu. Ha! Nein! Das hat uns noch entdeckt, das hat uns noch entdeckt, das hat uns noch entdeckt. Nein! Ich mein, was hab ich erwartet? Was hab ich erwartet? Kann ich hier drunter? Ich mein, so sehr wie du hier am Boden klebst, sollst du eigentlich hier drunter kommen. Gehen wir weiter. Na, da, guck mal, da ist die Kamera. Seht ihr uns hier? Nein, wir sind, wir sind zu weit weg. Wunderbar. Dann guck mal wieder weg, Kamera. Ich würde nämlich gern hier neben dich. Hallo! Nein, 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 nein. Und abschließen. Schön, jetzt fühle ich mich sicher. Okay. Kann ich hier irgendwas... Kann ich hier irgendetwas machen? Irgendetwas. Irgendetwas. Oh, nein! Baba! Okay, hat das vier anscheinend nicht gehört. Wunderbar. Puh! Aha! Ach, mhm. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, ich mein, wir müssen ja wohl wieder raus. Hier rechts war irgendwo die Kamera, oder? Eigentlich irgendwo eine Kamera. Ach, da. Moin. Dann gehen wir jetzt mal rüpp hier wieder rum. Da ist Gülle an der Wand. Die war da, glaube ich, vorher noch nicht, oder? War da vorher schon Gülle? War da vorher schon... Oh, Kamera! Oh, die guckt immer noch hier hin. Guck doch mal weg. Sie guckt halt immer noch hier hin. Geh weg, ich bin bewaffnet. Das Problem ist, wir müssen da irgendwie vorbei. Oder geht's hier noch weiter? Nee, da kamen wir ja gerade her. Nee, da ist nur dieser, dieser eine Raum. Oh, oh, oh. Hey! Was? Schnauze. Schnauze. Nichts. Jumpscare-Kamera hier. Ich glaub's ja wohl. Wie komm ich denn jetzt hier weg? Wir gehen mal hier rein. Komm da jetzt nicht raus, du Satan. Ja, schön, dass wir hier drin sind. Wir müssen da in diesen Raum wieder, oder? Nee, nee, da kommen wir auch nicht weiter. Wo kommen wir denn? Wir müssen da ja irgendwie wieder durch. Wir gehen jetzt einfach durch und biegen dann hier rechts um die Ecke, okay? Bitte komm da nicht raus, bitte komm hier nicht raus. NEIN! osh NEIN! Sabius! Ich bin nicht hier! Ich bin nicht hier! Sü! Musik hört auf! Sind wir echt wieder entkommen? Ich höre ihn patschen! Er patscht hier irgendwo rum. Er schreit auch hier irgendwo rum Aber es hört sich an, als würde er irgendwo weiter wegschreien Ganz ruhig Alles wird gut Er ist hier Oh, er guckt hier drunter Oh, bist du widerlich Genau, zieh mal die Finger ein, Kollege Oh nein, 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 tu es nicht Nein Renn, 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 renn Mach die Tür zu, mach die Tür zu Und abschießen, wir können dich abschießen von außen Ah, ich bin blöd Ähm Super versteckt, klasse versteckt, wenn er von da vorne kommt Ich traue mich aber nicht, mich wieder zu wegen Hat er uns jetzt gerade echt noch eine Chance entgeben, zu entkommen Er so, ja, komm, geh mal da raus Komm, ich gebe dir mal ein bisschen Vorstrung Ich zähle bis 10 und danach Hi Hallo Hey Du Pass auf, du versteckst dich und ich zähle bis 10 Okay, 1 2 3 Du musst dich verstecken Du musst dich verstecken Versteck dich, versteck dich Du musst dich verstecken, du musst weg von mir, weißt du So funktioniert dieses Spiel Wie er da steht Ich frage mich, wo er ist Ich sehe ihn nicht Boah, bist du widerlich Okay, ist nach rechts gelaufen Was, wir können jetzt theoretisch Oh nein Da war ja was Da war ja was Ah, ich höre ihn wieder schreien, Mann Jetzt ist aber auch gut hier Er scheint nicht mitgekommen zu sein Sehr angenehm Sehr Sehr angenehm Mach zu, mach zu, mach zu Bitte guck nicht hier rein 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 Nein, du hast nichts gesehen Hier ist nur ein Vorhang zu In diesem ganzen Badezimmer Und da bin ich nicht hinter Ich schwör's dir Oh nein, jetzt patscht er da wieder rum Ja, da kannst du schreien, wie du willst Ich bin nicht hier Ich bin nicht hier Und nach vorne durch Gucken, es hilft nicht Was bist du denn? Okay, ich bin oben Hier ist keine Tür mehr drin Hier ist keine Tür mehr drin Ich laufe, ich laufe, ich laufe, laufe, laufe Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu Schließ ab Ich komm hier nicht mehr raus Er hämmer dich gegen die Tür Er hämmer dich gegen die Tür Er hat die Tür Du hast es nicht gesehen 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 Er hat's gesehen Oh, bist du strong Oh, oh 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 Ich habe jetzt eine Stunde ausgehalten Das waren eine Stunde Voller Qualen Oh boy Am Ende Hat uns ETs nackter Onkel Doch noch erwischt Ich muss sagen Es ist irgendwie interessant Aber das war's erstmal Das war's erstmal Ich hoffe es hat euch in irgendeiner Form gefallen Für mich war's das jetzt erstmal Ich geh jetzt erstmal Zwei Becher warme Milch trinken Und wir sehen uns auch Beim nächsten Mal wieder Vielen, vielen Dank fürs Zugucken Toodoloo Und wir sehen uns also Ja, bitte Ich bin in der Nähe Jäsen Ja, bitte Woooh Ich bin in der Nähe Ich bin in der Nähe